Alessandro Schöpf ist ein österreichischer Fußballspieler. Er steht beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Karriere Schöpf begann im Alter von fünf Jahren beim SV Lengenfeld mit dem Fußballspielen. Nach acht Spielzeiten wechselte er in die Akademie Tirol. 2009 schloss er sich dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München an. Am 29. Mai 2010 bestritt er sein erstes Spiel für die B-Jugendmannschaft des FC Bayern und avancierte in der Spielzeit 2010 Elftel zum Stammspieler. In 20 Einsätzen erzielte er fünf Tore und bestritt auch drei Spiele für die A-Jugendmannschaft. In der Folgespielzeit rückte er in die A-Jugendmannschaft auf und hatte durch fünf Tore und zwei Torvorlagen nach 25 Spielen Anteil am Gewinn der Meisterschaftstaffel Süd-Süd-West. Dadurch qualifizierte sich die Mannschaft für die Meisterschaftszentrunde, in der sie im Finale dem FC Schalke 04 unterlegen war. 2012 rückte er in die zweite Mannschaft auf und bestritt in zwei Spielzeiten 63 Regionalligaspiele und erzielte 22 Tore. Sein Debüt im Seniorenbereich gab er am 21. Juli 2012 beim 1-zu-1 im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg 2. Sein erstes Tor erzielte er am 7. Oktober 2012 beim 5-0-Sieg im Auswärtsspiel gegen Viktoria Aschaffenburg mit dem Treffer zum 2-0 in der 55. Minute. Im November 2013 unterschrieb er einen bis 2016 gültigen Profi-Vertrag beim FC Bayern. Zur Saison 2014 15. verpflichtete ihn der Zweitligist 1. FC Nürnberg. Für den er am 3. August 2014 beim 1-zu-0-Sieg im Heimspiel gegen den FC Leerzgebirge Aue debütierte. Am 29. September 2014 erzielte er beim 3-zu-2-Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mit zwei Toren seine ersten Treffer in der 2. Bundesliga. Er etablierte sich in der Folge in der ersten Mannschaft der Nürnberger auch nach dem Trainerwechsel im November 2014 von Valerian Ismail auf René Weiler. Am Saisonende hatte Schöpf in 32 Ligaspielen fünf Tore erzielt und sieben Torvorlagen gegeben. In der Saison 2015 16. wurde Schöpf zum Leistungsträger. Am ersten Spieltag der neuen Saison erzielte er bei der Niederlage gegen den SC Freiburg ein Tor. Es folgten vier Ligaspiele, in denen er als Linksaußen eingesetzt wurde. Während dieser Zeit blieb er ohne Skorapunkt. Erst am 13. September 2015, dem sechsten Spieltag der Saison im Spiel gegen Greuther Fürth, markierte er auf gewohnter Position im offensiven Mittelfeld seinen zweiten Saisontreffer. Die folgenden Spiele bestritt er auf der rechten Seite im Mittelfeld. Am Ende des Jahres hatte er in 19 Ligaspielen sechs Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Am 9. Jänner 2016 wechselte Schöpf zum Bundesligisten FC Schalke 04, bei dem er einen bis zum 30. Juni 2019 gültigen Vertrag erhielt. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 30. Jänner 2016 beim 2-0-Sieg im Auswärtsspiel gegen den SV Darmstadt 98, als er in der 89. Minute für Leroy Sam eingewechselt wurde. Sein erstes Tor für den FC Schalke 04 und in der Bundesliga erzielte er am 6. Februar 2016 beim 3-0-Sieg im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit dem Treffer zum Entstand in der 87. Minute. Am 25. Mai 2012 kam Schöpf zu seinem Länderspiel-Debüt mit der österreichischen U19-Nationalmannschaft ins Abrisig im Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft im Spiel gegen die kroatische Auswahl. Sein erstes Länderspiel-Tor erzielte er am 5. Juni 2013 in Treiskirchen beim 6-0-Sieg im Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft gegen die albanische Auswahl mit dem Treffer zum 4-0 in der 70. Minute. Am 14. Oktober 2013 spielte er erstmals für die U21-Nationalmannschaft. Beim 3-0-Sieg im Testländerspiel gegen die Auswahl der Niederlande wurde er zur zweiten Halbzeit für Florian Kainz eingewechselt. Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gab er am 26. März 2016 beim 2-1-Sieg im Testländerspiel gegen die Auswahl aus Albanien mit Einwechslung. Für David Alaba kurz Vorspielende. Am 12. Mai 2016 wurde Schöpf von Trainer Marcel Kuller für den vorläufigen Kader des österreichischen Nationalteams für die EM-Endrunde 2016 in Frankreich nominiert. Sein erstes Länderspiel-Tor erzielte er in seinem dritten Spiel am 31. Mai 2016 beim 2-1-Sieg im Testspiel gegen die Auswahl Maltas mit dem Tor zum 2-0 in der 18. Minute. Erfolge